Sonja, ich habe dich jetzt endlich mal hier vor die Kamera gekriegt. War jetzt viel los die letzten Tage und gestern vor allen Dingen, ne? Erster Tag auf der Messe. Wie war es für dich? Stressig. Wenig Schlaf, stressig. Aber die Erfahrung ist es schon wert. Wie war die Resonanz so? Positiv überrascht. Positiv überrascht, sehr cool. Die Academy gibt es ja jetzt auch, ne? Man kann jetzt richtig gut durchstarten, um sich selber Nägel zu machen oder ein Studio zu gründen vor allen Dingen. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie es dazu gekommen ist. Ich sage mal so, ich werde es halt schon seit Ewigkeiten verwenden. Ich kenne die ganzen Tipps und Tricks und habe auch meine eigenen kleinen Sachen mit reingebaut, damit es halt schneller funktioniert und b, dass es halt auch richtig für alle Kunden halt funktioniert. Und dieses Wissen halt weiterzugeben, finde ich halt extrem wichtig. Was gibt es für Schulungen? Wir haben ganz einfachen Umsteigerkurse von normalen Gel auf Biabgel zum Beispiel oder wenn man nur Shellac haben will oder mit dem Gelack-Prinzip halt eben oder komplett für Anfänger.